Das Zahlen wird einfacher, dank der neuen QR-Rechnung. Sie haben folgende Möglichkeiten, diese zu bezahlen. Zum Beispiel an Ihrem Computer. Öffnen Sie die E-Banking-Applikation, scannen Sie den QR-Code ein und geben Sie die Zahlung frei. Oder mit Ihrem Smartphone. Öffnen Sie die App Ihrer Bank, scannen Sie den QR-Code ein und lösen Sie die Zahlung aus. Selbstverständlich können Sie mit der QR-Rechnung auch zum Postschalter gehen oder diese per Zahlungsauftrag in einem Kuvert an Ihre Bank senden. Mehr erfahren Sie auf einfachzahlen.ch